So, hi und hallo mal wieder. Ja, mein Lieblingsmagazin ist wieder da. Star Wars, bau dein Millennium Falke, Nummero 74. Ja, 74, deswegen brauche ich den fünften Leitsort noch nicht aufmachen. Aber nichtsdestotrotz, hier ist es nun. Heft Nummer 74. Auch wieder die Zahl drauf gedruckt. Bei 73 hatte ich ja letztes Mal die Zahl nicht, das habe ich ja hier gezeigt. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was für einen Spaß wir in 74 haben. Aber es sieht schon nach Schraubspaß aus. Also, das ist das Bauteiletütchen. Aber wer meine alte Videos kennt, weiß, womit ich anfange. Mit das Magazin. Ja, es ist wieder richtig bunt und schrill und schräg. Ah, Kampfschiffe. Bauteilchen. Und wie gesagt, es ist nur Schraubspaß. Schnell und einfach. Mit das letzte Teil, was wir schon angefangen haben zusammenzubauen, jetzt zu Ende schrauben. Das war's. Dann müssen wir wieder bis Mittwoch warten auf Nummer 75. Aber nichtsdestotrotz, ihr kennt das ja, gehen wir jetzt erstmal in das Bauteiletütchen 74 hinein, ausschütten. Ganz wie ihr es sehen wollt. Na, heute ist aber extrem Trockenheit bei mir bei der Aussprache. Aber wirklich nur drei Teile. Und zwar Außenhaut, Aluminiumrahmen, Außenhaut in rund, mit richtig schönen kleinen Details. Aber nichtsdestotrotz werde ich sie jetzt erstmal zusammenschrauben und sage deswegen, bis gleich. Und so sollte es aussehen, nach Bauteile Heft Nummer 74. Ist ja einfach nur der Flügel, die Erweiterung, das Plastik gewesen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Auspacken hat sich absolut nicht gelohnt. Weil einfach nur acht Schrauben. Das geht ja gar nicht für einen, der sich immer freut und es gerne zusammenbaut. Aber wirklich, in Heft Nummer 74, wenn ihr das auspackt, braucht ihr nur acht Schrauben, die Außenhaut an den Rahmen zusammensetzen, was wir ja letztes Mal schon in 73 gemacht haben. Und dann war es das. Ja, ihr hört richtig. Es lohnt sich nicht, das Auspacken. Acht Schrauben, Außenhaut dran geschraubt, fertig. Also, man soll sich ja nicht beschweren. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf Nummer 75. Da gibt es wieder Klebespaß, so wie es aussieht. Das war es mal wieder von Bau Dein Millennium Falke Nummer 74. Also sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.